Bitte passt ein bisschen auf, dass keinem was passiert, okay? Das wäre ganz schade. Okay, das Transparent ganz vorne hin, alle anderen hinterher, der LKW kommt hinter das Transparent. Das Kapital, es frisst euch! Lass doch mal! Los Angeles! Lass doch mal! Lass doch mal! Lass doch mal! Kommt ihr schon an? Kommt ihr alle weiter hin? Geht's doch ganz raus, Mann. Geht's raus, Mann. Geht's doch mal an, wir müssen weiter nach rechts. Schaut's vor. Kannst du die Barschkur nutzen? Geht's doch mal an. Jetzt kommt normal. Kannst du den Sack? Das ist ja nicht her. Der Hoh? So, brest es doch quer! Komm dirne an den Sack. Ja, ja, sehr schön. Du kannst es sicher mit anmelden, wenn du eine Maske aufsessen willst. Ich habe schon... Du hier in der Straße. Darf ich nochmal über die Schulter gucken? Nee. Okay. Da war noch nichts geändert. Aber die Menschen? Ja. Das war auch... Ja. 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 Das war's. So, die Damen und Herren am Straßenrand sind auch herzlich eingeladen, uns zu folgen zum Finanzministerium. An dem Ort, von dem die Herr Büchner schon gesagt hat, dort werden die Finanzräte, Obereinnehmer und Untererheber, Rentenbeamten und Steuerboten besoldet. Der Boden unter euren Füßen, der Bissen zwischen euren Zähnen ist besteuert. Dort sitzen die Herren in Frecken beisammen und rechnen aus, wie viel das Volk noch tragen kann. Und wenn sie barmherzig sind, so geschieht das nur in dem Maße, wie man Vieh schont, dass man ferner noch bei mäßigem Futter zu unmäßiger Arbeit gebrauchen will. Also folgt uns alle mal zum Finanzministerium. Dort könnt ihr hören Bernhard Bücking vom ISW, sowie Bernhard Thomas von Attac. Livemusik wird es geben von Markus Nagy, von dort ziehen wir weiter zum Odeonsplatz. So, es wird es geben, viel Musik, Redebeiträge von Georg Zoche, Musik von Konstantin Mecker, Redebeiträge, Eko Meinecke. Und da ist da Bernie Maisberger, Hank Flöschinger. Also schließt euch alle im LKW an und kommt mit. Danke. LKW-Fahrer brauchst nicht knüpfen. Also wenn das unangenehm ist, nehme ich es raus. Bei mir ist es wurscht. Das ist voll wurscht. Kann man eh nicht lesen, was ich hier auch? Ja. 12 Uhr, Eröffnungskundgebung am Geschwister-Schollplatz. Moderation, Nudo. 12.30 Uhr, Demonstrationszug zum Odeonsplatz. Hier und jetzt. 13 Uhr, Zwischenkundgebung vor dem Finanzministerium. Nudo, Redebeitrag Bernhard Bücking und Bernhard Thomas. Livemusik, Markus Nagy. 14 Uhr, Bühnenprogramm am Odeonsplatz. Bürgermikrofon, Open Mic im Wechsel mit Livemusik. Bernie Maisberger. Hank Löchinger. Lea Worn. Michaela Dietl. Sparifanker-Zor. Philipp Wienern. 14.30 Uhr, Georg Zoffel. 15.30 Uhr, Beitrag von Konstantin Wecker. Empört euch. 16 Uhr, Ekko Meinicke. Musiker, Kabarettist. Lach- und Schießgesellschaft. Und dann um 16.30 Uhr, Otmar Fränker. Und um 5.00 Uhr sind wir fertig. Ey! Empört euch. Empört euch. Stört Straßen. Lachen die Zahnlos. Echte Demokratie. Mitmachen! Wenn du mal überlegst, am 15. Das war ja auch noch möglich. Das hast du schon mal gemacht. Hier kommt hier meine Schuhe. Ich nehme es einfach nur geradeaus. Das ist sauber. Das ist so. Das ist gut. 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 Musik Bleiben wir auf der Straße. Ich soll noch ein bisschen vorgehen. Da hätte ich da hingestellt, wo ich da frei machen habe. Komm noch ein bisschen nach vorne. Das Finanzministerium da. Da sind immer die Hauskante drin und dann haben sie sich voll abgedeckt. Der Wagen, der könnte unter meiner Verrechnung auftauchen. Wo der Ding da steht, das Reiterding, kann ich sagen. Und dann immer es formatieren. Das ist aber ein bisschen hochartig. Das ist aber ein bisschen unsterilisiert. Der bleibt nicht stehen. Okay. Der bleibt nicht stehen. Der ist noch mal formatiert. Ja. Formiert euch. Äh, formatiert euch. Ja, nicht, dass alle Leute schon voll abfragen. Ja, nicht, dass alle Leute schon voll abfragen, sondern dass alle Leute schon voll abfragen, sondern dass alle Leute schon voll abfragen,